Kannst du bitte rot-orange-gelb mischen? Hey, natürlich können wir diese Farben miteinander vermischen. Und heute sind wir wegen einem besonderen Grund einer Töneinlage. Denn diesen Farbeimer werden wir verlosen. Am Ende erfahrt ihr, was ihr dafür tun müsst. Nun, aber welche Farbe wird am Ende entstehen, wenn wir ganz genau diese Farben miteinander vermischen? Wie in jedem anderen Mischvideo gebe ich euch einige Tipps zu der entstandenen Farbe. Es ist ein fruchtiges Pastellorange entstanden. Und der Name des entstandenen Farbtons heißt genauso wie eine italienische Stadt in der Toskana. Außerdem ist das Video das letzte Video zu unserem Projekt. Und somit ist es ein besonderes Video. Nun, welche Farbe ist dabei entstanden? Es ist die Farbe... Sienna 175. Hier seht ihr die Farbfamilie. Wie schon erwähnt, ist das das letzte Projekt an unserer Farbwand. Wir bedanken uns herzlich für euer Support. Und demnächst starten wir schon mit unserem neuen Projekt. Was müsst ihr tun, um an einer Verlosung teilzunehmen? Ihr müsst das Video liken und Sienna 175 kommentieren. Selbstverständlich gilt das Gewinnspiel nur für unsere Abonnenten. Ein großes Dankeschön an unsere treuen Zuschauer. Vielen Dank für eure Unterstützung.